Ich habe mal wieder eine Runde Vollgas gewonnen, ich habe heute das erste Mal in weniger als 24 Stunden, aktuell 24 Mal gewonnen, was wirklich krass ist. Vergleicht einfach mal das Video von gestern mit meinen Kronen von heute, was schon wirklich sehr, sehr krass ist. Ich habe auch vor dem Video von gestern schon gespielt gehabt und schon, ich glaube, 4-5 Wins gehabt. Also ich habe über 24 Mal schon in diesem Modus gewonnen und das in weniger als 24 Stunden, was schon echt wirklich heftig ist. Wenn ich jetzt gewinnen sollte in diesem Video, was so oder so passieren wird, denn ich werde so lange spielen, bis ich gewinne und das auch in der Aufnahme halten, dann bekomme ich ganz genau ein neues Gratis-Item. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich das hinbekomme, sollte, denke ich, nicht mal allzu schwer werden. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, die Runde zu gewinnen, wäre sehr, sehr wichtig, denn ansonsten bekomme ich mein Gratis-Item nicht. Sind ein paar Schwitzer dabei? Oh ja, oh ja, auf der ganz rechten Seite Küken, auf der ganz linken Seite ein goldener Boxer mit, was für einem Unterteil? Ich glaube, keinem besonderen, ja, Küken-Unterteil. Ich will auch unbedingt diesen Küken-Skin haben. Da werde ich auch reinpänen, Vollgeist, dieses Küken-Ding da auf dem Kopf, das will ich unbedingt mir kaufen. Unterteil nicht unbedingt. So, ein bisschen hier hinten wegmachen. Gleich sollte auch die Runde vorbei sein. Ist immer, wie lange habe ich jetzt hier gespielt? 30 Sekunden? Das war's. Jetzt bin ich in Runde 2. Also in 30 Sekunden eine Runde zu beenden, das ist schon sehr, sehr wild. Küken-Skin und unter meiner Facecam ist noch am Leben. Schwitzer, Schwitzer, ich sowieso Schwitzer. Der da oben ist ein Schwitzer. Ich habe ihn schon die ganze Zeit in meinen Runden drin, ohne Witz. Ich habe ihn bestimmt jetzt schon 5, 6 Mal in meinen Runden. Der Typ ist jedes Mal am Start. Ja, die Schwitzer sind gerade am Start. Wie lange? Ja, wir haben jetzt 0 Uhr 32 aktuell bei mir. Also halb 1 in der Früh. Ja, da sind die Schwitzer definitiv am Schwitzen. Also heute Morgen, wo der Modus rauskam gegen 11 Uhr, da war das jetzt ein bisschen einfacher. Aber aktuell geht es eigentlich. Ich habe jetzt einige Windsor schon geholt. Habe ich ja davor im Video schon gesagt. Also bevor ich hier angefangen habe zu spielen. So, Runde 2, 3 müssen rausfliegen. Sollte kein Problemchen werden. Das Finale wird eher ein bisschen das Problem. So, einer ist schon rausgeflogen. Also es geht relativ fix hier, muss ich ehrlich sagen. Deswegen macht der Modus mir auch persönlich so Spaß und ich grinde da auch des Todes rein. So, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Die laufen relativ alle schnell ab. Okay, das war es und wir sind im Finale. Also schneller ins Finale kommt man gefühlt in keinem Modus. Falls ihr einen kennt, gerne mal kommentieren. Ich wüsste es nicht, dass man... Also wir spielen jetzt hier 2 Minuten und ich bin im Finale. Das gibt es eigentlich nirgends. So, die ganzen Schwitzer. Küken ist rausgeflogen. Schwitzer oben links. Schwitzer. Und der Rest habe ich ganz ehrlich gar keinen Plan. Mal gucken. Finale. Komm schon, wenn ich jetzt den Sieg hole, gratis Item aufnackern. Ich will unbedingt dieses Namensschild haben. Ich liebe dieses Namensschild. Es sieht echt clean aus. So. Finale. Ich sollte mal eher weniger reden. Das Problem ist aber, in den Videos kann ich nicht leise sein. Es fühlt sich sehr, sehr komisch an, die ganze Zeit leise zu sein. Ich muss irgendwie gefühlt das Ganze mal kommentieren. Hier hin, dahin. Links, rechts. So. Sonic Skin könnte eventuell auch ein bisschen schwitzig sein. Der ganz rote links von mir. Blümchen Skin. Ja. Sehe ich jetzt sowieso. Also ich laufe immer ganz gerne hinten alles ab. Währenddessen die vorne alles ablaufen. Währenddessen auch die Rolle noch so langsam ist. Genau wie der Kollege. Der läuft hinten alles leer. Alles leer. Einer ist schon tot. Die laufen nämlich vorne alles ab. Und hinten mache ich jetzt, ja okay, jetzt eher weniger gerade. Lohnt sich. Obwohl ich gehe noch einmal hinten durch. Weil die Rolle noch relativ langsam ist. Dann kann man es noch machen. Zwei sind schon tot. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier auf der rechten Seite wurde sehr, sehr wenig abgebaut. Ich versuche die mal hier irgendwie abzudrängen. Aber scheint gerade nicht so gut zu funktionieren. Ne. Stirbt keiner. Ist aber auch noch relativ frisch die Runde. Es dauert immer so meistens eine Minute, bis dann die ganzen Leute anfangen zu sterben. Blümchen Skin. Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven. Ja. Hier wurde einiges abgelaufen. Sollten wir aber clean hinkriegen. Ja. Clean hinbekommen. GG's an der Stelle. Kurz ein bisschen warten, dass die Rolle weiter nach vorne geht. So. Zwei müssen noch sterben. Dann habe ich die Runde gewonnen. Einer. Der Kollege muss nur noch sterben. Dann habe ich die Runde gewonnen. So. Mal schauen, ob wir die Runde gewinnen. Ganz entspannt und knackig. Ihn ein bisschen Nerven immer so hinterherlaufen, damit er auch stirbt und einen Fehler macht. Denn das ist nämlich das, was er gerade tut. Er versucht, sich von mir zu entfernen. Und dadurch kann ein kleiner Fehler bei ihm passieren. Und er ist halt tot. Aber er wird nicht sterben. Ich glaube, er hat gesagt, dass ich jetzt... Okay. Ich habe die Runde gewonnen. Also ich weiß nicht. Entweder sind meine Gegner lost oder ich bin einfach viel zu gut für diesen Modus. Ich habe jetzt wieder gewonnen. Schon wieder. Nice. Es wird noch ein kleiner Grind werden. Die nächsten vier Tage werde ich echt schauen, wie weit ich kommen werde. Wir überspringen mal nicht. Weil ich will gucken, wie die Animation hier aussieht. So. Wir haben jetzt hier gewonnen mal wieder. Krönchen auf den Kopf. Und Gratis-Item freigeschaltet. GG's. Erstmal direkt ausrüsten. Neues Namensschild. So. Jetzt fehlen mir... Ja. Ja. Etwas mehr. Also ja, so knappe 50... So Richtung 50 Siege brauche ich für das nächste Gratis-Item. Dann wäre ich auch mit der nächsten Sache fertig. Lass mal kurz gucken. Und zwar einmal hier hin. Ja. Mir fehlt noch ein bisschen was. Ich will unbedingt das hier freischalten. Goldene Hexe. Sehr, sehr nice. Aber da brauche ich noch ein paar 150 Wins. Auch so knapp. Jetzt grob gerechnet. Ich habe jetzt keine Lust richtig auszurechnen. Aber so ungefähr. Das werde ich auch noch erreichen. Ganz easy. Ob ich das... Ja, obwohl. Doch. Könnte ich sogar in dem Modus easy erreichen eigentlich. Das fühle ich aber jetzt nicht so sehr. Ist zwar ganz okay. Aber ist jetzt nicht so meins. Der Name, den fühle ich auch nicht. Das ist das nächste Coole. Das ist dann eher so langweilig. Langweilig. Dann fängt es schon an, interessant zu werden. Langweilig. Obwohl. Der Banner ist... Ne. Das ist der Name. Das ist der Banner. Äh. Der Name natürlich hier. Den man sich hier freischalten kann. Also die nächsten Dinge sind wirklich sehr, sehr stark. Schreibt es mal eure Meinung. Gerne, gerne dazu. In die Kommentare. Ansonsten. CC in Fortnite. Vollgeist benutzen. Kuss geht raus. Und es war es dann auch hier schon. Mit dem kurzen, knackigen Video. Und es war es dann auch hier schon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020